Ah, da sind sie schon wieder und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starkweb 2 Sind wir dann wieder? 2 gegen 2, ja Ich finde das gut, wie wir da Stand gehalten haben mit unseren Truppen und deine Gegenoffensive gestarten Ja, mach mal Pool first, nicht early Pool, aber Pool first Mehr Mineralien Wir brauchen Mineralien Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Mehr Mineralien Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Wir wollten auf den Herr der Ringe Dingens aufsteigen, glaube ich Naja, aber 2004 ist halt auch schon ein bisschen spät, oder? Ich habe early gepoolt Poolplacement von mir, okay Also wir versuchen das nochmal Ja, irgendeinen Scheiß auf jeden Fall Ich habe sie jetzt auch ein bisschen gereizt, muss man zugeben Aber du kannst jetzt schon eine Echse nehmen, ne? Ja, ja Ich warte aber noch, bis ich da Jetzt kann ich da rüberfahren Warum machst du mir meine Echse weg? Das ist meine, die ist näher dran an mir Ja, ich kann wieder drei Kilometer Du kannst ja mal früher losfahren, du bist sowieso zu spät dran Nee Ich habe das vollkommen korrekt gemacht Also ich bin dafür, dass du auf Roaches rushst und ich auf Linge einfach mit Banning Was waren die Gegner? Rodos und Zufall Naja Ei 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 Bo吧, was ist das für ein Lied? Das ist vorbei, ein Glück Gott will ich nicht, das war mir War mir zu abstrakt Oh, jetzt kommen unsere Lieblings- Moldavia Moldaven? Was ist denn das Wort für Moldaven? Leute aus Moldau. Ich glaube das sind die, oder? Ja, Stobob, Sea, Starboop oder so. Was sind die Trommlers? Das sind die, die es ja auch da waren. Wir sehen überhaupt nicht, was dagegen ist. Die haben aber nicht gewollt. Wandert ihr mit dem Zug? Ja, unter anderem, die sind halt zum dritten Mal dabei gewesen dieses Jahr. Ich bin hier in Ordnung. Also hier baut ein Gateway was. Jetzt geht ab. Also ich werde mal diesen Overlord hier opfern. Twilight Council, ich würde mal sagen früher die Tees. Ja, wobei er kann halt auch Blink spielen, aber ich würde mal mit früher die Tees eine Antwort auf früher die Tees haben. Nicht genügend Energie. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nicht genügend Energie. Jetzt bin ich Supply Block. Eine neue Königin. Was kommt hier? Ein Banning Nest. Nicht genügend. Mit Banning kann ich umgehen. Nicht genügend. Nein, du sollst jetzt nicht so viele Overlords, du sollst erstmal drohen jetzt. Wir brauchen mehr Overlords. Nicht genügend Energie. Wir brauchen mehr. Mit der Mop. Nicht genügend Energie. Weißt du, ich muss auch mal ein Banning Nest spawnen. Wir brauchen mehr Mineralien. Besser war der diesjährige Lead besser gewesen von denen. Ich weiß nicht. Die sind beide sehr anstrengend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich würde sagen jetzt, wenn du gleich die zweite quasi voll hast, mach mal drei Gas insgesamt. Wenn du die voll hast, baust du nur noch Roaches. Der dritte Gas ist schon halt fertig. Ich hab deinen Plan durchschaut. Haben Oberla kaputt gemacht? Na gut. Na gut. Da kommen ein paar länger. Wie musst du abfangen? Na gut. Na gut. Ah, der wieder. Interception. Bisschen wenig Gas. Nicht genügend Energie. Ne. Ah, der kriegt ja zwei. Aber es war nicht so fetzig wie der. Die Olle Oma ist auch da. Jetzt kommt Samson. Ich weiß nicht, ob Tiffy auch vorbeischaut. Aber. Wie ist das andere? Ferguson und Findus. Irgendwie sowas hast du mal gesagt. Können wir auch irgendwann nochmal machen. Ähm. Es waren gute Videospiele. Also. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ne, ich wollte nicht pushen. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass da Gold ist. Ja, ich wollte da hinweisen, dass die die Gold nehmen. Das heißt, wir sollten uns jetzt auf einen Push vorbereiten. Das schon. Hast du dort Spiel? Ne, hast du noch niemanden leer fertig. Gut. Wir pushen trotzdem. Genau. Das war der Solierplan. Problem ist, dass wir nichts gegen er haben. Und da wird wahrscheinlich er kommen, wie ich die Gegner so einschüsse. Aber hey, deshalb pushen wir jetzt ja. Wir brauchen mehr, wer spricht. Wenn du mal ein bisschen vor, du brauchst länger als ich. Ja, ich bin schon. Ich bin langsam auf die Bremse. Wo muss ich hier hoch? Bailinger. Geh mal auf den Bailing, bitte. Tschüssi. Samson. Ich move, guck mal. Mooders. Ist egal. Versuchen möglichst viel Schaden zu machen. Unsere Streitkräfte, unsere Verbindungen, befinden sich im Kampf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich eine Leertecke gebaut hab. Ja. Bleiben wir eigentlich mal in Leas. Das sind schon so viele. Wir préparten jetzt mal Stromausfalls. Nein, die lebt mit zwei Hitpoints noch. Bist du noch im Fall? Ja, mit linken, aber nicht gegen die Mutter halt. Ich habe mehr Einheiten als du, so ist ja nicht. Wenn du Gas hast, gib mir das gerne. So, lass mal gleich nochmal zurückziehen, also nicht mehr reinforcen, also das was vorne ist kann auch sterben, ist okay. Nicht Reinforcement, Sarok. Ich habe doch schon gesagt, sie sollen da stehen und nach hinten gehen. Aber jetzt können wir gleich nochmal kurz. Hat sie Playlock gerade, was sagst du zum Samson? Sarok? Nö. Nö. Samson darf weg. Er zieht nicht so gut aufs Klopfen. So schlimm aber auch nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Verbindeten befinden sich im Kampf. Puschen. Können wir durchziehen. Von hinten kommen auch Storker, aber er hat sich ein bisschen verblinkt. Wir brauchen mehr. Unsere Verbindeten befinden sich im Kampf. Unsere Verbindeten befinden sich im Kampf. Also Gas nehme ich immer noch, ne. Wir brauchen mehr. Das war, glaube ich, ein böser Blink von ihm. Oh, die Schuh des Türen, das ist da. Ergogix ploppt nämlich hier. Ergogix ploppt nämlich hier. Schöner Skandal damals. Also nicht, dass ich das wüsste von damals, aber von der, als ich den ESC da gesehen habe, wurde das erwähnt. Ja! Und wieder das böse Land mit RL kaputt gemacht. Erstmal kurz ein bisschen warten, bis die wieder weg sind. Aber ich würde auch fast sagen, das war es schon für heute. Ich habe euch jetzt gefallen und schon beim nächsten Mal vorbei. Hier um rechts. Mal klicken. Und das ist auch von mir. Einen schönen Tag, was gut. Tschüss. Yen Hahn, five. Ich habe euch geosprengt. Ja! Ich habe euch gefragt, was ich? Was ist denn da, was ich so wichtig? Ich habe euch gesehen. Ich habe euch gefragt. Und da, was ich��! Das ist aber jetzt keine Ahnung. Und da, wo ich mir Angst vorbeige, dass ich das auch noch besser war. Und so einfach, und das ist mir egal. Und da, wo du? Dann nicht so einfach. Und ich kann euch das nicht Verz seeds. Und da, wenn du da.